hallo und herzlich willkommen zu stationiers europa und wir sind so gut wie fertig mit dem elektronik drücker upgrade die wir beim letzten mal versucht haben zu starten dann mache ich den nämlich jetzt mal klatschig dran und können nämlich jetzt die großen batterien herstellen die ich eigentlich die ganze zeit haben wollte den laptop werde ich nachher auch herstellen wir kommen aber jetzt schon mal der ist ihr schnell durch wie mache ich den aus kannst du mal nein du sollst nicht springen dann geht es einfach so rein so und dann unser bräuchte leid für wahnsinn seit wann braucht man es der lied dafür dafür brauche ich natürlich die große das heißt ich kann doch nur noch eine kleine dazu machen muss hier die war doch hat eben noch da ich jungen sehr gut da möchte ich mich noch komm ich noch eine einfach nur dabei nee so die falsche so einmal anwachen so das problem ist mit dem hier da ist wasser drin und da ist sauerstoff drin das problem ist allerdings dass das keine isolierten sind von daher brauche ich nämlich auch noch isolierte tanz so nach das ist muss ich die ganzen upgrades bauen aber da werde ich jetzt erstmal die drehen die die rohr so damit ich dann nämlich erst mal die bauen kann also hier die von als isolierten die großen die isolierten tanks brauche ich auch noch um unten die fertig zu stellen dann den hier noch als isoliert den sauerstoff der ist aber schon auf minus das heißt ich müsste den erst mal auf den aufwärmen und dabei die schieß machen sollen das ist leider noch nicht das hört sich an die dinge aber da muss ich auch noch die ihr die nächste höhere bauern dazu da kommen noch größere die in die liefern natürlich mehr strom dann möchte ich doch mal eben kurz reingucken wie viel die strom mehr bieten und sich das lohnt so sehr oder ob ich erstmal die lassen kann weiß ja nie ne bei der große ach warte mal den großen schmelzer den könnte ich jetzt schon bauen dann kann ich salite salite wollte ich gerade sagen ist der leid schon machen ja weil das mache ich dann eben hallo farbmischer hat farbmischer seit wann gibt es den denn bin ich auch nicht wort natürlich komposter verpackung kühlschrank kühlschrank forschung ist die nicht hier drin ach quatsch die war doch hier ne ne in der drehmaschine ja toll ich hält gerade drehmaschinen auf gründe die ist nämlich in der drin und nicht in der aber so iso gas wasser iso tank hat braucht der eisen kupfer stahl silizium zack ich habe kein eisen 18 ich brauche eisen ja gut da muss ich gleich mal los eisen holen und dann muss ich da mal ein bisschen eisen braten was mache ich dann hier nach brauche ich da noch für da habe ich alles für ok ich denke jetzt mal wieder aus damit ich nicht allzu viel strom verballer so die werkzeugfabrik die kommt später was wollte ich jetzt hier achso lichtbogenofen ist das der ich esse das nochmal das ist der schmelzofen kann ja nur lichtbogenofen sein das andere ist ja die äh ne warte mal das ist die äh ne der andere war der wie wie heißt die verbesserte heißt die doch eigentlich ne 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 nx n die ne 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 man weiß es nicht man weiß es nicht hofft ihr schaut noch alle noch zu haben es doch gerade mal acht minuten ich denke schon kommt bisschen gerade durchgucken haltet durch wenn ihr euch zu lange braucht dauer dann sagt bescheid und wie gesagt bin um tipps bin ich sehr dankbar wenn ihr tippelippe habt und ich den in den stellen so lang kann ich da mal hinstellen eigentlich gleich ich glaube ich glaube ich für brotisch stahl und so was elektronische teile genau die die sind hier nämlich trägt genau ich trägt mal eine eine brauche ich nämlich nur eine mache ich den wieder aus weil ich glaube ich den brauche aber den brauche ich und es könnte sein dass ich die strahlblatt und die habe ich noch gut dann mache ich den nämlich weg den lümmel da unten ich lassen da drin was sagst du wie geht es dir sechs kannst du das noch rein nehmen oder irgendwie wird der weniger nicht dass ich mich verbrenne wenn ich da wenn ich den einfach so ab machen ich glaube aber nicht schön hat aussieht das sind gerade die end die gase die noch hier drin sind die entweichen einfach nur daraus nur für die die das nicht wissen die rest gase die noch drin sind aber den werde ich jetzt ab bauen winkelschleife stimmeisen ich habe schon drin gehabt okay dann ist der andere habe ich den jetzt hingepackt ach da der kommt eigentlich so hin das heißt die musik dann auch mal eben abräumen gut 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 elektronische teile schweißbrenner und fünf stahlplatten schraubendreher nach schraubendreher ich steppe so und schon ist er fertig acht hier baut strom stimmt halt da war was oder mich doch strom ist hierhin verlegen das wird was ja normalerweise besser wenn ich hier auch noch strom in haue damit der alleine fährt das heißt ich würde die erstmal abbauen weil die sind am nächsten strom kaputt dann als nächstes wie viele reichen da ich glaube vier stück mache ich dann dir und hier auch noch mal vier also acht von denen windturbine bausatz aufrechte windturbine und warte mal wenn ich jetzt hier das tier ok der zeigt also nicht an wie viel strom die liefert ach so ne die will ich gar nicht nö ist doch auch nicht bei ne also es steht nicht bei wie viel die generell in diesem modus hier benutzen hier platz habe ich denn unten weil dann da ich das dann zu machen will nie da kann ich ja gar nicht weil da will ich ja dann noch die pflanzen baue ich dann doch da auf die seite dann mache ich alles zu 23 kosten die star kupfer elektrom ist das die große schon aufrechte windturbine und windturbine welche hatte ich denn da jetzt das ist die aufrechte windturbine die will ich nicht ich hab's bald moment so dann wäre es nämlich die die davon drei stück baue sollte das eigentlich auch schon reichen zwei vier sechs oder ich brauche einfach mal sechs nee 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 ich baue die kleinen gerade gesehen ich habe nicht genug material also ich baue hier von jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 10 plus die vier hier oben sind 14 1 machte schon der die habe ich auch noch in der 14 auf jeden fall mit hin oder zu wenig habe ich zu wenig eisen für ich brauche das eisen da führt keinen weg dran vorbei dass ich eisen brauche aber das wollte ich gesagt mit der neuen dann halt machen ich doch dann mache ich erst mal die vier eine batterie da reicht eine ich habe ein singt noch die hier die genau nein ist wie passiert wie 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 wir das wird zu wenig die batterie wird strikt hier hinsetzen werde ich dann direkt auch einfrieren denken aber ich brauche mehr kabel gucken ob ich dann noch habe ich gar keine mehr drin und dann heißt so ich habe auch keine mehr jetzt habe ich den noch angelassen ist unten dann muss ich da erst was durchlaufen lassen die werde ich dann brauchen einiges das ist nicht ob die so viel jetzt bieten ansonsten muss ich nachher noch welche machen also Oh, wie, das hast du ja nicht mit dem Scheiß. Oh, wie, das ist ja nicht mit dem Scheiß. Ansonsten muss ich neue bauen. Hallo. Ach, komm schon, ey, das ist, ey, mein... Nein. Entschuldige, diesen kleinen Anfall, aber ich hasse es, wenn es einfach nicht so funktioniert, wie soll. So, es hat geheilt. 16, 8, die bräuchte ich auch noch. Na, da hat nicht einmal Glück, wa? So. Na, da werde ich früher oder später eh ein Trafo zwischensetzen, damit da nix irgendwie, äh, nicht knallt. Ich setze ja jetzt ein Trafo zwischendurch, das ist mir sicherer. Ihr habt ja hier ein Trafo, ne? Ja, das und das mitnehmen. Ich setze ja jetzt ein Trafo zwischendurch, das ist mir sicherer, das ist mir sicherer. Ach so, da war was. Habe ich ja gemacht, weil ich den eh nicht so oft brauchte. Ach so, der dead noch. Das Wort reicht, ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich versuche es einfach. So, dann schließt man den schon mal hier an. Wo ist Eingang, wo ist Ausgang, das oben ist Ausgang. So, und eins muss hier noch dran, damit das tun kann, als wenn der gerade wäre. Genau, so passt das nämlich. Und dann kann ich den nämlich genauso benutzen wie den anderen. Nur halt, dass der Stelit machen kann. Und Stelit kann ich wie machen? Da muss ich nur mal eben kurz verbaren. Und dann oben bei Stelit, Silber, Silikon und Kobalt. Wie gut ich Kobalt mitgenommen habe, auch kein Silikon. Das heißt, ich bräuchte, wenn ich das Silikon, bräuchte ich dann 400 und dann 200 und 200. Das wäre dann das Richtige. Das heißt, ich muss gleich nach der Folge dann nochmal gucken, dass ich das Silikon finde. Und dabei würde ich jetzt erstmal sagen, wir haben das hier gemacht. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wenn ihr denn eine wünscht, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr wünscht, dass ich noch weiter mache. Ansonsten werde ich eventuell hiernach schon aufhören. Ich weiß es noch nicht genau. Und wenn es euch gefallen, dann einen Link da lassen. Unten in den Kommentaren, unten in der Beschreibung ist doch der Link zum Twitch-Kanal. Da bin ich von Montags bis Freitags von 9 bis 13 Uhr zu erreichen. Ansonsten bei Fragen oder Antworten könnt ihr auch Discord nutzen. Kommt einfach rein und schreibt. Da sind auch ein bisschen, da sind auch Links dafür Stationiers. Also, haute rein! Ciao, ciao!